Liebe Studierende, willkommen zur zweiten Videoübung des Semesters. Thema der Übung ist ein elektrischer Nachweis einer mechanischen Bewegung. Und erstens die physikalische Situation, die in der Fragestellung vorgestellt wird. Und zwar hat man mit einem Plattenkondensator zu tun. Der Kondensator hat eine bekannte Fläche und man kann sofort betonen, dass diese Fläche quadratisch sind. Und der Abstand zwischen den Platten ist die zwei Zentimeter. Und dann betrachtet man einen Einschubvorgang. Das heisst, eine metallische Platte wird mit einer konstanten Geschwindigkeit V im Raum des Kondensators hineingeschoben. Und die Dicke der metallischen Platte ist 1,8 Zentimeter. Das heisst, nur zwei Millimeter kleiner als die Breite oder als der Abstand zwischen den quadratischen Platten des Kondensators. Und man muss eigentlich hier den Einschubvorgang physikalisch beschreiben. Aber in der ersten Fragestellung schlägt man vor, dass man erstens die Endsituation oder den Endzustand betrachtet. Das heisst, man fragt sich, wie groß ist die Kapazität, die resultierende Kapazität des Kondensators, wenn die metallische Platte schon vollständig im Raum des Kondensators sich befindet. Und in anderen Worten ist auch gefragt, ob diese totale Kapazität abhängig ist, wie die metallische Platte hineingeschoben wurde. Selbstverständlich, hier in dieser Skizze habe ich so eine übertriebene Situation betrachtet, um eigentlich das Ganze klar darzustellen. Das heisst, man soll sich überlegen, ob die Position der metallischen Platte im Raum des Kondensators doch eine Rolle spielt oder ob die totale Kapazität im Endzustand auch eine Funktion ist der effektiven Position dieser metallischen Platte im Raum des Kondensators. So betrachten wir erstens diese Endzustand in irgendeiner allgemeinen Situation. Nochmals, ich mache hier eine Zeichnung mit meiner quadratischen Platte des Kondensators, wie gesagt mit der Fläche A. Und dann werde ich jetzt hier zum Beispiel in dieser Position meine metallische Platte betrachten. Wir wissen, dass die Dicke immer D, Groß D ist, aber jetzt hier haben wir eine Situation, wo zwischen dieser metallischen Platte und meiner Platte des Kondensators haben wir mit einem Abstand D1 zu tun, und dann zwischen meiner metallischen Platte hier und der quadratischen Platte des Kondensators haben wir einen Abstand D2. Die Frage ist eben, wie groß ist die totale Kapazität in diesem Endzustand? Und wir wissen, das habe ich vorher vergessen zu melden, dass meine Anordnung hier, ich weiß, dass der Kondensator mit einer Batteriespannung von 80 Volt gekoppelt ist. So, jetzt hier, wir sollen in dieser Situation die totale Kapazität berechnen. Und es ist immer wichtig, dass man jetzt die Situation anschaut und versucht man, ein Ersatzbild quasi zu eruieren oder eine äquivalente Situation zu eruieren, um dann das Ganze mathematisch zu beenden. Und wir haben schon etwas Ähnliches in der Vorlesung gemacht, wobei in der Vorlesung haben wir die physikalische Situation betrachtet, wo eine dielektrische Platte, ein Dielektrikum, im Raum eines Kondensators hineingeschoben wurde. Hier, und betone ich das, haben wir mit einer metallischen Platte zu tun. Das heißt, wenn wir mit einer metallischen Platte zu tun haben, können wir diese Anordnung hier als Serieschaltung von zwei Kondensatoren betrachten. Weil die metallische Platte ist tatsächlich ein leitendes Medium, das ist ein leitendes System. Das heißt, eine äquivalente Darstellung, ein äquivalenter Schallkreis mit Kondensatoren wäre hier folgendes. Also jetzt, ich mache noch eine Skizze gerade unten, wir haben jetzt hier einen Kondensator und dann haben wir ein zweiter Kondensator und das Ganze immer noch mit unserer Batteriespannung von, wie gesagt, von 80 Volt. Das heißt, wir haben hier mit einer Serieschaltung von zwei Kondensatoren zu tun, jeweils mit der gleichen Fläche, Querschnittsfläche oder Fläche der Platten, das ist unsere Fläche A, aber mit Abstand D1 respektive D2. Und jetzt hier können wir für diese Situation die totale Kapazität sofort berechnen. Ich erinnere, dass ganz allgemein die Kapazität C eines Kondensators mit Fläche A und Abstand L, haben wir das in der Vorlesung gesehen, ist tatsächlich proportional zur Fläche und inversproportional zur Abstand L zwischen den Platten. Das Ganze nochmals mit der dielektrischen Konstante des Wachung Y0 multipliziert. Tatsächlich, die Kapazität beschreibt physikalisch die Fähigkeit eines Kondensators als Speicherplatz für Ladungen zu dienen oder zu wirken. Je größer ist die Fläche, desto größer soll die Kapazität, aber je weit entfernt sind die metallischen Platten des Kondensators, desto weniger Ladungen lassen sich doch speichern. Wir haben auch in der Vorlesung auch schon studiert, wie die totale Kapazität einer Serieschaltung von Kondensatoren aussieht. Wir haben gesehen, dass gerade umgekehrt als bei Widerständen, die totale Kapazität für eine Serieschaltung von Kondensatoren ist durch eine solche Formel gegeben, wobei C1 und C2 sind die jeweiligen Kapazitäten von beiden Kondensatoren. Das heißt, bei einer Serieschaltung von Kondensatoren, der Inverse der totalen Kapazität ist gleich die Summe der Inverse der einzelnen Kapazitäten. Und das können wir jetzt hier explizit tatsächlich in dieser Situation schreiben. Das heißt, ist 1 über die Kapazität vom ersten Kondensator, das heißt, Y0 mal A geteilt jetzt durch D1 plus 1 über die Kapazität vom zweiten Kondensator, nochmals 1 über Y0, immer noch A als Fläche, aber geteilt durch D2 und alles auch minus 1, weil wir berechnen sofort die totale Kapazität. Das können wir mathematisch ganz brav zusammenfassen. Und zwar ist es dann gleich Y0 mal A geteilt durch D1 plus D2. Das ist schon die Antwort zur ersten Frage des Problems. Das heißt, wir haben gesehen, dass die totale Kapazität im Endzustand des Problems, das heißt, wenn meine metallische Platte vollständig im Kondensator hineingeschoben wurde, ist dann eine Funktion der Summe hauptsächlich der jeweiligen Abstände. Das heißt, das bedeutet auch, dass wo genau die metallische Platte sich befindet im Raum des ursprünglichen Kondensators gar keine Rolle spielt, weil die totale Kapazität ist immer inversproportional zur Summe der jeweiligen Abstände. Und das für unsere geometrische Parameter hier wird immer 2 mm sein. Ich kann diese metallische Platte irgendwo oder irgendwie im Raum des Kondensators hineinschieben und im Endzustand kriege ich immer die gleiche totale Kapazität. Natürlich vorausgesetzt, dass diese metallische Platte selbstverständlich, weil eben ein leitendes System ist, keine Berührung mit den jeweiligen Platten des Kondensators hat. Und eben hier zu betonen ist tatsächlich die Tatsache, dass wir mit einem metallischen Platten, also mit einem leitenden System zu tun haben und nicht mehr mit einem Dielektrikum. Deswegen können wir als Ersatzbild für diese Situation, genau diese Serieschaltung von Kondensatoren berücksichtigen. So, in dieser ersten Fragestellung des Problems haben wir uns mit Kondensatoren auseinandergesetzt, hauptsächlich mit dem allgemeinen Konzept der Kapazität eines Kondensators, aber besonders haben wir geübt, wie bei einer gegebenen physikalischen Situation ein Ersatzbild sich darstellen lässt, also ein alternativer Kondensatoren-Schallkreis sich darstellen lässt und bei einer Serieschaltung wissen wir, dass der Inversor der totalen Kapazität gleich der Summe der Inversor der jeweiligen Kapazität ist und dass auch Minus 1 gibt mir dann die totale Kapazität, die wir hier berechnet haben. So, ich glaube, dass bei diesem Zeitpunkt können wir jetzt eine kleine Pause machen, bevor wir zur Fragestellung B, wo man tatsächlich den Einschuhvorgang betrachtet ist. Liebe Studierende, wir möchten jetzt mit der Fragestellung B der zweiten Videoübung des Semesters. Wir haben vor der Pause die Situation betrachtet, wo man einen Kondensator berücksichtigt mit der Fläche A, das sind quadratische Fläche A und Abstand D und der Kondensator ist gekoppelt mit einer Batteriespannung von 80 Volt. Und dann gibt es eine metallische Platte, die sich mit der konstanten Geschwindigkeit V bewegte, längs diese vertikale Achse. Das heisst, diese metallische Platte, der dicke D, wird mit dieser konstanten Geschwindigkeit V eingeschoben. Und in der ersten Fragestellung haben wir sozusagen den Endzustand berücksichtigt. Das heisst, haben wir die totale Kapazität des resultierenden Kondensators, wenn die metallische Platte vollständig im Raum des Kondensators ist. Was ich jetzt hier skizziert habe, ist die Situation bei der Zeit T0. Weil in der Fragestellung B möchte man die zeitliche Entwicklung des Einschuhvorgangs mathematisch beschreiben. Eigentlich, was gefragt ist, ist, wie ändert sich als Funktion der Zeit die Menge von Ladungen Q, die sich im Kondensator speichern lassen, wenn eben diese Platte eingeschoben wird. In anderen Worten, man fragt, wie ändert sich die Kapazität des Kondensators als Funktion der Zeit, wenn eben diese metallische Platte mit konstanter Geschwindigkeit V eingeschoben wird. Ich glaube, das Erste, das wir machen müssen, müssen wir uns vorstellen, die Situation bei einer beliebigen Zeit T verschieden von 0, wenn meine Platte schon zum Teil eingeschoben wurde. Wir machen eigentlich bei dem Einschubvorgang eine Fotoaufnahme jetzt bei einer Zeit T verschieden von 0. Einfachheitsalbe, da wir mit einer Bewegung zu tun haben und diese Bewegung ist tatsächlich vertikal, ist immer geeignet, wenn man ein Bezugssystem berücksichtigt. Als Bezugssystem betrachten wir selbstverständlich diese vertikale X-Achse. So, was wir haben hier, ich mache nochmals brav meine Situation und dann eben die Platte ist jetzt hier zum Beispiel so viel eingeschoben wurde. Diese Platte bewegt sich tatsächlich, wie gesagt, mit der Geschwindigkeit V. und das Ganze ist eben immer noch mit der gleichen Batteriespannung von 80 Volt gekoppelt. So, hier fotografiere ich, mache ich eine Fotoaufnahme der Situation, wie gesagt, bei irgendeiner Zeit T, wo diese Platte schon zum Teil im Kondensator sich befindet. Jetzt im Zusammenhang mit diesem Bezugssystem können wir schon gewisse Größe definieren. Das heißt, die Länge hier ist selbstverständlich V mal T und die totale Länge, bis die Platte vollständig im Kondensator sich befindet, ist natürlich gegeben durch Wurzel von A. Ja, nochmals die Betonung, A ist die Fläche von dieser quadratischen metallischen Platte des Kondensators, so diese Kante hier hat eine Länge von Wurzel A. Das wird dann später von Bedeutung sein. Aber wie gesagt, die Fragestellung ist um die zeitliche Entwicklung der Ladungen, die Sie hier speichern lassen, wenn diese Bewegung stattfindet. Wir müssen sozusagen die Kapazität des Kondensators als Funktion der Zeit berechnen. Und wir müssen versuchen, bei dieser Fotoaufnahme, bei einer beliebigen Zeit T, verschieden von Null, müssen wir jetzt versuchen, eine äquivalente Vorstellung, sozusagen ein Ersatzbild, müssen wir versuchen, einen Ersatzkondensatoren-Schallkreis zu eruieren, der sich dann mathematisch behandeln lässt. Und hier die Überlegung wäre es, dass wir haben, eine Situation im oberen Teil des Kondensators, die gefüllt ist, und eine Situation im unteren Teil des Kondensators, die noch leer ist. Aber beide Situationen sind mit der gleichen Batteriespannung gekoppelt. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir haben sozusagen eine parallele Schaltung von einer gefüllten und einer leeren Situation des Kondensators. So als Ersatzbild, als Ersatzkondensatoren-Schallkreis, kann ich jetzt hier eine parallele Schaltung von Kondensatoren betrachten. Erstens hier, und das ist eine Darstellung des oberen Teils, das heißt gefüllt, und dann parallel dazu eine Situation für den unteren Teil, das heißt noch leer. Und beide sind parallel geschaltet mit der Batteriespannung. Jetzt bezeichnen wir die Kapazität des Kondensators im oberen Teil, das heißt gefüllt als C1, und wir bezeichnen die Kapazität des Kondensators im unteren Teil, das heißt leer, als C2. Und wir wissen ganz allgemein, dass bei einer parallele Schaltung von Kondensatoren die totale Kapazität ist gleich der Summe der einzelnen Kapazität. Und jetzt, wie kann ich die zwei Kapazitäten C1 und C2 beschreiben? Ich mache erstens eine Aussage, die ich dann erklären werde. C1 wäre es eigentlich die Kapazität des Kondensators gefüllt, das heißt können wir das als C voll, mal einen Faktor Alpha. Und mit dem Faktor Alpha beschreibe ich zum welchen Prozent des ursprünglichen Kondensators schon mit der metallischen Platte gefüllt ist. Sodass die Kapazität C2 ist dann die Kapazität des Kondensators leer, mal selbstverständlich 1 minus Alpha. Das heißt 1 minus Alpha ist gleich dem Prozent oder stellt sozusagen als Faktor zum welchen Prozent vor mein Kondensator noch leer geblieben ist. Und wie gross ist dann Alpha? Alpha ist gleich dem Verhältnis zwischen dieser Länge V mal T und diese totale Länge, das ist Wurzel von A. Nochmals mit dem Faktor Alpha beschreibe ich zum welchen Prozent der ursprüngliche Kondensator schon voll ist und 1 minus Alpha zum welchen Prozent der ursprüngliche Kondensator noch leer geblieben ist. Und die zwei Kapazitäten C voll und C leer, diese kennen wir schon. C voll ist die Kapazität des Kondensators vollständig voll mit der metallischen Platte. Das ist, was wir in der Fragestellung A berechnet haben. So, ich möchte vielleicht das nochmal zu Erinnerung schreiben, dass C voll ist tatsächlich wie gleich Y0 mal die Fläche A geteilt durch die Summe von D1 plus D2 wobei D1 und D2 waren jeweils diese zwei Abstände. und C leer das heißt, die Kapazität des Kondensators vollständig leer ist die Kapazität im Anfang Zustand. So, das ist tatsächlich Y0 mal A geteilt durch D. So, diese zwei Kapazitäten kennen wir und können wir sofort auch numerisch diese berechnen mit den Angaben des Problems es gibt eigentlich fast ein Faktor ein Faktor 10 zwischen den beiden. Aber jetzt haben wir alles um eben die zeitliche Entwicklung des Einschubvorgangs zu diskutieren. Weil was gefragt ist ist schlussendlich wie entwickelt sich als Funktion der Zeit die Menge von Ladungen Q die sich hier speichern lassen. das heißt wenn eine Variation der Menge von Ladungen als Funktion der Zeit stattfindet dann haben wir mit einem effektiven Strom zu tun. Das heißt ich kann sagen dass der Strom I der effektive Strom I der sich entwickelt bei dem Einschubvorgang ist allgemein definiert als zeitliche Variation der Ladungen die in diesem Fall im Kondensator sich speichern lassen. Aber jetzt wir wissen auch wie diese Menge von Ladungen Q sich beschreiben lässt weil ich habe mit Kondensatoren zu tun und ich weiß ganz allgemein dass die Kapazität ist tatsächlich definiert als Q geteilt durch U wobei U die Spannung der Batterie Jetzt in unserer physikalischen Situation U ist eine Konstante weil ich habe immer mit der gleichen Batteriespannung zu tun Die einzige Variable hier im Problem die sich als Funktion der Zeit verändert ist die Ladung Q schlussendlich die zeitliche Entwicklung der Kapazitäten ist gegeben durch die zeitliche Entwicklung der Ladungen die sich doch speichern lassen im Kondensator selbst so das kann ich sofort umformen und ich kann das so schreiben als U mal die zeitliche Ableitung der Kapazität des Kondensators aber die Kapazität C hier meint man selbstverständlich die totale Kapazität in diese Situation und wenn wir jetzt C total das wäre eigentlich C total hier wenn wir jetzt die totale Kapazität Summe als C1 und C2 als Funktion der Zeit ableiten dann haben wir sofort folgende Formel das ist Spannung U mal Geschwindigkeit V geteilt durch Wurzel A mal C voll minus C leer so was wir sehen hier was wir beobachten hier ist dass der resultierende Strom I der sich entwickelt bei dem Einschubvorgang ist erstens eine Konstante ist zeitunabhängig ist direkt proportional zur konstanten Geschwindigkeit mit welcher meine metallische Platte im Kondensator eingeschoben wird und auch was wir beobachten weil C voll ist größer als C leer dass der resultierende Strom immer positiv ist das heißt bei diesem Einschubvorgang fließen Ladungen von der Batterie auf die Platte des Kondensators die Menge von Ladungen auf die Platte des Kondensators erhöht sich als Funktion der Zeit und man redet somit von einem Aufladestrom wir haben eigentlich etwas ähnliches auch gesehen im Problem des Dielektrikums dass man kann beim Einschieben eines Dielektrikums in einen Kondensator Ladungen in der Batterie zurückschicken oder von der Batterie holen und das ist eben eine Situation wo beim Einschubvorgang der metallischen Platte Ladungen werden von der Batterie geholt sodass die Menge von Ladungen die sich im Kondensator speichern lassen erhöht sich als Funktion der Zeit Und die Fragestellung C das können Sie selber mit den Musterlösungen bearbeiten Dort möchte man wissen mit welcher Geschwindigkeit V muss man die metallische Platten einschieben um noch einen Strom von 10 hoch minus 11 Ampere zu messen Sie müssen diese Formel nach Geschwindigkeit lösen und dann mit den numerischen Werten die Geschwindigkeit berechnen aber das wie gesagt überlasse ich Ihnen diese Übung glaube ich war sehr interessant auch weil wir konnten hier quasi eine Mischung zwischen Mechanik und Elektrizität behandelt Hauptsächlich es ginge um eine Beschreibung der zeitlichen Entwicklung der Menge von Ladungen Q die sich im Kondensator speichern lassen bei dem Einschubvorgang wir konnten hier nochmals eine Situation üben wo quasi bei der physikalischen Situation als Ersatzbild eine parallele Schaltung von Kondensatoren berücksichtigt wird und damit haben wir auch nochmals geübt dass die totale Kapazität für eine parallele Schaltung gegeben ist durch die Summe der einzelnen Kapazitäten und schlussendlich haben wir die Fragestellung mit dem Konzept des Stroms gekoppelt weil tatsächlich die Frage war wie ändert sich als Funktion der Zeit die Menge von Ladungen die Sie hier speichern lassen bei dem Einschubvorgang so praktisch man möchte wissen wie groß ist der Strom die Variation der Ladung als der Zeit und diese Menge von Ladung lässt sich eruieren via der allgemeinen Definition der Kapazität ich freue mich auf die nächsten Videoübungen mit Ihnen auf Wiedersehen auf Wiedersehen